wieder zurück hier im verrückten kloster wo die solaris und die samurai ihren platz finden wieder zurück hier bei tomb raider und wir müssen sam finden sam wo bist du na windig ist es hier auf jeden fall auch nein die mcdonalds freunde kommen vor allem der fette sumo ringer das kann was werden ich freue mich ok jetzt aufpassen ich lasse sie zu mir kommen ich habe selbstverständlich noch meine shotgun hier werde auf sie war da sind sie habe ich gesagt wir haben eine verbesserte rüstung das heißt ich muss aufpassen shit oh gott achte scheiße na ganz toll ok das was ihr könnt kann ich schon lange einen moment ich habe hier granaten für beide tot oder jawohl zweimal mit schild das schild ist unfair habt ihr das nicht gepeilt ach da kommt ja noch einer shit oh sogar mehr fuck ok ach du scheiße ich glaube da kommen noch mehr da kommen noch mehr das waren nicht alle hundertprozentig nicht ach was ich mit dem fetten famo ringer ey du penner da wollte ich mich erschrecken verrecke ho 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 geiler move lara heiliger bim bam ich muss mich verstecken das wird ein bisschen zu viel So, ich mach's erstmal nervös. Wo ist der Melek denn? Wo ist er? Wo versteckt er sich? Hier versteckt er sich. Boah, unsere AK47 ist ja mal mega geil, würde ich mal sagen. Also ich bin bisher mega zufrieden mit der Waffe. Aber schnell weiter, wir müssen Sam finden. Sam ist abgehauen mit dem Priester-Messias. Und jetzt hier rüber. Oh oh. Oh nein, nicht schon wieder. Hier, Granaten. Shit. Die Granate ist zurückgerollt. Jawohl. Oh nein, oder doch nicht, jawohl. Ich hab mich zufrieden gefreut. Am besten mal runterjumpen, dann kommen sie nämlich runter, oder? Haha. Tatsächlich. Schön hier. In die Beine schießen. Haha. Du Bananen-Kopf. Du Bananen-Kopf. Was ist los? Glaube du. Gut, genügend Munition bekomme ich hier. Das heißt, ich hab sehr viel Glück. Sehr viel Glück. Einmal kurz hoch. Hier war, glaube ich, was. Gute Möglichkeit, sich zu verschanzen. Den ganzen Bogenschütz nur auszuschauen. Oh, scheiße. Oh Gott. Wer will's von hinten? Aber nicht mit uns. Gibt's keinen Anal-Sex hier? Ah. Shit. Ah, Mist. Das kann's doch nicht sein. Wie bin ich da runtergefallen? Okay. Na gut. Das geht doch. Jetzt aber. Minya. Assassinen. So sehen die ein bisschen aus. Oh. Shit. Gott. Hier. Was ihr könnt, kann ich schon lange. Dass die von hinten kommen, vor allem. Das verstehe ich nicht. Wir kommen immer näher. Wo ist der Fette? Oh Gott. Ich muss mich wieder auf jeden Fall verstecken. Sonst wird das nix. Sonst gehen wir wieder drauf. Oh Gott. Von hinten. Das Schlimme ist, die kommen von überall runtergesprungen. Ich muss von überall gucken jetzt. Wie die da runterfallen. Ach, das ist schön anzuschauen. Ich warte schön hier. Oh. Da ist Marius. Oder der Kevin. Verrekker. Und du auch. Und du auch. Ich muss mich beeilen. Ich muss mich beeilen. Jetzt geht's los. Das große Finale, glaube ich. Wir müssen Sam retten. Unsere gute, beste Freundin. Ich hoffe, sie geht nicht drauf. Das wäre nämlich richtig scheiße, Mann. Mann. Wir haben Glück. Der Steroiden-Mongo ist weg. Schrein an der Schlucht. Die Tür ist abgeschlossen. Wer war das? Oh Mann. Wieder irgendwelche Leichen. Ich werde hier richtig bescheuert. Wirklich. Das Game ist unglaublich. Die Burschen wollten es wirklich wissen. Aber bisher ganz effizient durchgekommen. Bis auf den Fail-Jump vorhin. Und jetzt erstmal schön dieses große Türchen hier öffnen. Dort wartet vielleicht Sam. Alter. Was für ein Ort. Was muss ich machen? Das kann was werden. Das kann was werden. Und ich habe ein blödes Gefühl. Hier ist bestimmt wieder ein Buch, oder? Diese chinesische Töpferware ist Jahrtausende alt. Könnten Sie die Insel vor dem Aufstieg von Yamatai besucht haben? Na, das kann sein. Reliquien brauchen wir jetzt nicht so. Von daher mache ich direkt weg. Ist ja auch eigentlich uninteressant in so einem Spiel, finde ich. Es sei denn, es hat Einfluss auf das Game, was ja meistens eigentlich nicht so der Fall ist. Okay, ich glaube, hier muss ich kurbeln. Dann wollen wir mal. Heiliger Bim Bam. Und jetzt glaube ich auch auf die andere Seite. Ich habe da jetzt schon eine miese Ahnung, was passieren wird. Lassen wir uns überraschen. Das Game hat nämlich nur Überraschungen. Wie das Überraschungsei der Kinderschokolade. Na toll. Und jetzt? Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Es gibt nichts Einfacheres. Hoffe ich. Und zieh. Ich hoffe, das Tor geht auf. Ja, das Tor zwar nicht, aber etwas anderes. Ja, die Frage ist, wie? Können wir das jetzt nicht hier wieder runterkurbeln? Oh Gott, das war jetzt nicht so gut. Einmal hochkurbeln, bitte. Okay. Shit. Na gut, wir machen was ganz anderes. Wir machen das jetzt erstmal hier wieder ganz hoch. Und dann gehen wir auf die andere Seite und schließen nämlich das Törchen. Weil dann habe ich das schöne, gute Gefühl, dass wir dann irgendwie draufkommen können, indem wir draufspringen. Das bedeutet, es wird gleich bestimmt einfach, da reinzukommen. Voila. Ich finde das cool, dass man hier ein bisschen so denken muss. Ist ja auch nicht in jedem Spiel so. Bist ja eigentlich nur so ein Prince of Persia. Und von daher hat mir das Game wirklich sehr gepasst. Genau. So war das geplant. Und jetzt kann ich draufspringen. Genau. Und jetzt könnte ich theoretisch da rüber. Oh nein. Okay, das war grottenschlecht. Ich muss irgendwas anderes machen. Shit. Von wegen, es wird einfach. Ja, ich hoffe, ich kriege es irgendwie schon gelöst. Ich glaube, das müssen wir sowieso hier wieder hoch machen. Oder? Was ist, wenn ich es wieder fallen lasse? Hat sich nix getan. Shit. Nee, ich mache was ganz anderes. Wisst ihr was? Wasser ist nass. Genau. Ich werde das hier nämlich mal wieder hier ziehen. Vielleicht klappt es so. Vielleicht kann ich damit das Tor aufreißen. Könnte klappen. Ich versuch's mal. Okay, hat leider nicht so geklappt. Oh oh. Normalerweise ist da ja nix anderes. Außer, dass jetzt irgendwie... Normalerweise, wenn ich hier hochgehe... Das müsste normalerweise klappen. Aber warum klappt es nicht? Das ist echt mies jetzt hier gerade. Ich bin wirklich ein bisschen... Auf dem Schläuchchen. Ich mache mal einen kleinen Schnitt hier. Vielleicht sehen wir uns ja gleich. Da sind wir auch schon wieder zurück beim Rätsel. Hier. Bei unserem schönen Glöckchen. Oder wie nennt man das gleich? Das ist ja auch eher eine Art Käfig. Das muss ich erstmal hier kurz natürlich mal wieder hochbringen. Einen Moment. So, erstmal runter. So, das muss ich einmal ganz kurz machen für euch. Ging das so gleich? Genau, erstmal die Glocke hoch. Die haben wir jetzt gerade aus Versehen wieder runter gemacht. Ja, ja, toll. So, erstmal hoch damit. Ich fühle mich ja hier schon fast wie ein Mechaniker hier. Die ganze Zeit am rumdrehen. Am rumwerkeln. Oder? So ähnlich könnte man das doch so nennen. So, und jetzt müssen wir einmal noch hier einmal die Kurbel drehen hier. Dann geht nämlich dieses Törchen da unten zu. Dieser Deckel. Und dann gehen wir wieder auf die andere Seite und lassen diese Glocke fallen. Also diesen Käfig. Da wurden bestimmt so Kannibalen drin oder so versteckt. Oder gefangen genommen eben. Ihr seht ja, ihr seht es ja wahrscheinlich. Da sind nämlich Leichen drin, ne? So, und jetzt geht es hier nämlich hoch. Das hat auch lange genug gedauert, ehrlich. Ich habe bestimmt 20 Minuten lang die ganze Zeit probiert und getan. Bis ich wirklich dann endlich die Lösung rausgefunden habe. Okay, jetzt warten wir und springen drauf. Los! Endlich. Wir haben Glück. Die Priesterin betritt das Kloster. Sie erhält deine Macht und sie wird die neue Königin. Moment mal. Viele haben für diese Gabe ihre Seelen freiwillig gegeben. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halblebel. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Gefäße. Es ist doch nicht die Macht, die sie übertragen. Es ist eine Seele. Alle, all diese Königinnen, sie waren, du, Himiko, Erste und Letzte. Oh Gott. Und jetzt willst du Sam. Aber du kriegst sie nicht. Oh mein Gott. Sam. Ein Gefäß für die Seele der Königin. Ich muss diesem Wahnsinn ein Ende bereiten. Der Wahnsinn des Wahnsinns. Ich fühle mich ja ein bisschen beobachtet hier, wenn ich hier in der Mitte stehe. Jaja, Aufmerksamkeitsdefizit hat jetzt die Lara nicht so. Aber wir gehen jetzt irgendwo noch raus. Wo müssen wir lang? Das ist die Sonnenkönigin, Himiko. Du blöde Kuh. Okay. Von da hinten sind wir gekommen. Das heißt, wir gehen mal hier lang. Diesen Weg. Mal sehen, wo der hinführt. Und viele Kerzen gibt es hier auch, wie immer. Sieht auch ein bisschen so aus, als ob hier eine Art Ritual wieder stattfindet oder so. Durchgehend eigentlich. So Kerzchen, so am Esstisch finde ich ja auch gar nicht so verkehrt. Vielleicht so bei Weihnachten oder so. Ein bisschen Tee. Ein paar Kekse. Finde ich dann schon cool. Doch nun mal schauen, was jetzt passiert. Wo kommen wir an? Wohin gehen wir? Oh Mann. Schaut euch den Hallodrie mal an. Patricks Bruder. Von Spongebob bestimmt. Kein Zurück mehr. Nach diesem Lager ist Schnellreise für Lara nicht mehr möglich. Heilige Passage. Das kann was werden. Das kann was werden. Hier ist übrigens noch ein Item, glaube ich. Oder ein Buch. Mal sehen. Mal sehen. Ich kenne ähnliche Artefakte aus Ban Chang in Thailand. Wie kommt das hier bis nach Yamatai? Ja, das erinnert mich so ein bisschen an die Urne. Von Far Cry 4 von AJ. Ihr kennt den bestimmt noch. Falls nicht. Der ist ja eigentlich nach Kürat gekommen, um die Asche seiner Mutter zu verstreuen. Hatte so eine Urne dabei. Die sah irgendwie so ähnlich aus. Und wieder einmal endet hier ein Part von Tomb Raider. Und diese Glocke hat uns auf jeden Fall zu schaffen gemacht. Aber gleichzeitig werde ich definitiv den Gegner nächstes Mal schön auf die Glocke hauen. Ich freue mich jetzt schon, wenn wir mehr über diese Sonnenkönigin erfahren. Ich freue mich jetzt schon, wenn wir mehr über diese Sonnenkönigin haben.